Reisen. Wirklich? 2020 hat uns alle viel Kraft gekostet. Einschränkungen, geschlossene Grenzen, Lockdowns. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Egal ob Bananenbrot backen, neue Hobbys oder mal eben ein Netflix-Marathon. Respekt. Wo bleibt aber die Vorfreude? Vorfreude auf 2021. Wir alle haben sie uns verdient. Wie wär's mit einer Rundreise? Echt? Ist es überhaupt möglich? Also jetzt Geld sparen und später reisen auf jeden Fall. Und was ist, wenn Corona meine Pläne durchkreuzt? Keine Sorge, wir sind flexibel. Wie sieht es mit diesen Reiseblasen aus? Haben wir, als private Rundreisen. Aber keine Sorge, Gesundheit und Sicherheit stehen für uns immer an oberster Stelle. Na gut, aber wohin? Mit tausenden Rundreisen und unvergesslichen Erlebnissen ist jetzt und in Zukunft auf uns Verlass. Reisen. Denn Vorfreude ist die schönste Freude. Tourradar. Booking Tours. Made Easy. auf einem Crunch. Untertitelung des ZDF, 2020